Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Asia-Detox-Suppe. Das Rezept Asia-Detox-Suppe stammt aus einer TV-Zeitung und wurde dort als Teil einer All-You-Kinit-Diät vorgestellt. Eine abzunehmen Wünschende-Lebenspartnerin hat es daraufhin gekocht. Lecker! Detox ist eine Kampagne von Greenpeace, die, mit Erfolg, darauf abzielt, die Textilindustrie dahingehend zu beeinflussen, dass sie bei der Auftragsvergabe in China keine Textilien bestellt, die mit umweltschädlichen Chemikalien behandelt wurden. Hier ist Näheres zu erfahren. Bei diesem Rezept wird der Ausdruck wohl im Sinne von Entgiften, Entschlacken, verwendet. Anmerkung, dieses Rezept ist für zwei Portionen ausgelegt. Für zwei Portionen werden folgende Zutaten benötigt. 1-2 Zwiebel, Petersilienwurzel, Lauchstange, 1-2 Süßkartoffel, halbe rote Paprikaschle, halbe Kopf Chinakohl, 1-2 Fenchelknolle, 3 Stängel Petersilie, Zentimeter Ingwer, Chilischote, 1 Esslöffel Sesamöl, Liter Gemüsebrühe, 1 Teelöffel Kurkuma, 2 Teelöffel Zitronensaft, Meersalz und Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Küchenbrett, 1 Kochmesser, Kochtopf, Rührlöffel Zubereitung Zwiebel, Petersilienwurzel, Lauch, Süßkartoffel, Paprika, Chinakohl und Fenchel waschen, putzen, gegebenenfalls schälen und in Streifen bzw. Würfel schneiden. Petersilie, Ingwer und Chili fein hacken. Zwiebeln, Ingwer und Chili in heißem Sesamöl etwa eine Minute andünsten. Gemüse mit Gewürzen dazugeben und unter Rühren etwa 3 Minuten anbraten. Mit der Gemüsebrühe ablöschen und zugedeckt 15-20 Minuten köcheln. Die Suppe mit Petersilie, Zitronensaft, Salz und Pfeffer verfeinern. Als Beilagen eignen sich Diese Varianten gibt es Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!